Lerch und Partner, Ihr Generalunternehmen von Winterthur. Jetzt mit über 20 aktuellen Wohnprojekten im Grossraum Zürich. Im sympathischen Rummeliken wird im Moment kräftig gebaut. An einer wunderschönen Lage wird das Projekt grünes Dörfli realisiert. Da entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit 4,5 und 5,5 Zimmerwohnungen und ein Doppel-Einfamilienhaus. Allerdings sind nur noch eine Wohnung und ein Doppel-Einfamilienhaus verfügbar. Rummeliken ist klein, aber fein und optimal erschlossen. Wenn Sie sich jetzt melden, dann verschaffen Sie sich nicht nur einen Vorsprung, sondern können bei der Gestaltung des Innenausbaus Ihres Mitsprachenrechts noch voll ausnutzen. Verwirklichen Sie Ihren Traum von Ihrem neuen Zuhause in Grünen. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lerchpartner.co.de Wir arbeiten darum für Ihre persönliche Entfaltung. Wir arbeiten uns�kig.